In der heutigen News-Folge geht es um. McLaren startet Vertragsverhandlungen mit Sainz, Boliden-Mindestgewicht wird erhöht, Mercedes löst Kühlungsproblemen, Rennstrecke in Indien mit Zahlungsproblemen, kommt es zu einem Wechsel zwischen Imola und Shanghai? In 9 Sekunden geht es los. Hallo Formel 1-Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Es ist zwar erst Februar, doch McLaren hat die ersten Vertragsverhandlungen mit Carlos Sainz bereits begonnen. McLaren lobt die beiden Fahrer und auch Teamchef Andreas Seidel erklärt, dass es keinen Grund gäbe, etwas zu verändern. Laut Sainz gäbe es aber keine Eile, was den Vertrag angeht und ihn interessiere im Augenblick nur die Formel 1. Er möchte Weltmeister werden und McLaren wieder zurück an die Spitze bringen. Das Mindestgewicht eines Formel 1-Boliden lag 2019 noch bei 743 Kilogramm, doch 2020 werden es nochmal 3 Kilogramm mehr. Aufgrund des Einführens des zweiten Benzindurchflussmessers soll das Schummeln unterwunden werden. Von daher haben alle Teams gebeten, um ein extra Kilogramm zu erhöhen, denn ursprünglich sollten 745 Kilogramm an Mindestgewicht im technischen Reglement stehen. Könnt ihr euch noch an den Österreich-Compress 2019 erinnern, wo Mercedes aufgrund der Hitze Probleme mit dem Auto hatte? Da waren sie nach dem Qualifying grenzwertig bei der Kühlung unterwegs. Mit dem W11 soll das Ganze nicht normal passieren. Er wurde dementsprechend weiterentwickelt und laut Technikchef James Ellison haben sie das Kühlpaket verbessert und mehr Kühlbereiche am Auto geschaffen. Beim Vorgänger wären solche Anpassungen nicht mehr möglich gewesen, ohne große Nachteile zu erzielen. Beim W11 hat Mercedes es geschafft, die Motorbetriebstemperatur zu erhöhen, denn das senkt im Gegenzug die Kühlanforderungen. Also, je heißer die Flüssigkeiten werden, desto weniger Kühlung brauchen sie. 2019 hat Mercedes bis zum Österreich-Compress 4 extra Grad Celsius bei der Wassertemperatur herausgeholt und von dort an diese Kurve fortgesetzt. Sie versuchen, die Wärmeabgabe einzudämmen, welche von den Chassis-Kühlsystemen gekühlt werden muss. Auch die Kühlflüssigkeiten hat das Team mit dem Stern gemeinsam mit den Partnern weiterentwickelt, damit sie auch bei höheren Temperaturen voll funktionieren. Das Ergebnis soll eine verbesserte Kühlung des geschlossenen Formel-1-Antriebs sein. Mercedes-Motoren-Chef Andy Cowell meint, dass viele Teile des Motors aus Aluminium gefertigt sind und die Materialeigenschaften bei den Funktionstemperaturen schnell abfallen könnten. Von 2011 bis 2013 war die Formel 1 in Indien auf dem BUD International Circuit in Greta Neuda zu Gast. Erste Schritte wurden seitens der indischen Behörden aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten eingeleitet. Die geplanten Rennveranstaltungen wie zum Beispiel nationale Events und Trackdays werden noch durchgeführt. Die zuständige Jaida hat die VIP-Zufahrt der Rennstrecke behördlich gesperrt. Es kommt noch zu einer Versteigerung der Vermögenswerte des BIC, ähnlich wie bei einem Insolvenzverfahren. Die Firma JP Infratec, die hinter der Strecke steht, geriet bei ihren Gläubigern in Zahlungsrückstand und kann keine laufenden Kreditverträge mehr bedienen. Da streitet JP ab und hat ein Berufungsverfahren angemeldet. Weiterhin behaupten sie, dass sie 90% aller fälligen Rechnungen planmäßig bezahlt hätten. Der Indien Grand Prix fand nur dreimal statt und jedes Mal gewann Sebastian Vettel das Rennen. Beim letzten Rennen gewann er frühzeitig den vierten WM-Titel. Am Mittwoch wurde offiziell bekannt gegeben, dass der China Grand Prix verschoben wird. Es kann auch sein, dass er dieses Jahr überhaupt nicht stattfindet. Laut der italienischen Gazette dello Sport haben die Betreiber der Imola-Rennstrecke bereits gefragt, ob sie entweder den großen Preis von China oder Vietnam ersetzen können. Es sei aber schwierig, den Imola Grand Prix im Kalender unterzubringen. Hier spielen sowohl die Finanzen für den Grand Prix als auch die Umstrukturierung der Rennstrecke eine Rolle, denn sie benötigen einen Sponsor und die wirtschaftliche Unterstützung der Region. Änderungen soll es sowohl an der Rennstrecke als auch im Fahrerlager geben. Das primäre Ziel von Liberty Media lautet, einen Termin für den China Grand Prix zu finden und den Kalender mit den 22 Rennen zu behalten. Es wird von daher also schwierig mit dem Imola Grand Prix. Kommen wir zu Mikes Meinung. Ich hoffe, Carlos Sainz wird noch lange für McLaren fahren, weil er meiner Meinung nach genau dort reinpasst. Er versteht sich sehr gut mit Lando Norris und die Leistungen, die er zeigt, sind mehr als zufriedenstellend. Dass die indische Rennstrecke jetzt auch noch geschlossen wird, ist schade mit anzuhören, denn ich war ein Fan davon. Ich erinnere mich noch an den ersten Sektor und an den Zeitpunkt, wo Vettel dort seinen vierten WM-Titel einfuhr. Das waren schöne Momente. Imola wieder zurück? Für viele wahrscheinlich eine Rennstrecke, die sie gerne anstatt einer anderen Rennstrecke im Kalender haben möchten. Ich meine, mir geht es genauso, aber wenn die Finanzen nicht machbar sind, dann sieht es mit einem Comeback leider schlecht aus. Und nun zum Community-Kommentar. Der heutige Community-Kommentar kommt von Traktor01. Er schreibt, als Merch Codemasters ist immer schuld. PS, feier deine Videos, bist der Beste. Dankeschön fürs Kompliment. An diesen Spruch hatte ich auch schon gedacht. Natürlich ist das Ganze rein sarkastisch gesehen, aber warum eigentlich nicht? Abwarten, was ich mit dem Merch dann wirklich mache. Aber erst einmal Dankeschön für all eure Vorschläge. Wenn ihr mich jetzt noch supporten wollt, liked das Video. Und wenn noch kein Abonnent dieses Kanals ist, kann es mit einem Klick auf Abonnieren und auf die Glocke nachholen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Bis dahin, ciao.